Liebe Freunde, die Energiewende in Deutschland läuft hervorragend. Bald werden wir nur noch von Zufallsenergien wie Wind und Sonne in unserem Land abhängig sein und unseren gesamten Energiebedarf aus Wind und Sonne decken. Und es wird für die viertgrößte Industrienation super laufen. So unsere Bundesregierung. Aber ist es denn wirklich so? Naja, die Bundesregierung selber, nämlich die Bundesnetzagentur, hat uns vor ein paar Tagen bei einer letzten Beiratssitzung ihre neue Internetseite smart.de vorgestellt, auf der jeder Bürger zu jedem Zeitpunkt sehen kann, wie viel Energie in Deutschland erzeugt wird und wie viel verbraucht wird. Und wenn man sich diese Statistiken anschaut, werden sie feststellen, dass wir fast immer eine Unterdeckung haben. Dass wir eigentlich immer so 10, 15, 20 Gigawatt Strom zu wenig erzeugen für unseren eigenen Bedarf. Und wenn dann mal der seltene Fall, wie beispielsweise heute auftritt, dass wir mehr produzieren, wie zum Beispiel hier, dann sehen wir plötzlich Negativpreise. Dann wird nämlich das wahr, was immer gesagt wird. Der billigste Strom ist nämlich die Windenergie aus Norddeutschland, so wie es die Regierung sagt. Ja, die ist so billig, dass sie Negativpreise hat. Aber das Problem ist, dass wir diejenigen sind, die diesen Strom verkaufen. Wir müssen also das Ausland dafür bezahlen, dass sie bitte, bitte uns den Strom abnehmen, damit bei uns das Stromnetz nicht zusammenbricht. Was für ein Wahnsinn. Machen Sie sich selber Ihr Bild auf smart.de und sehen Sie den Wahnsinn der Ampel-Energiewende. Lassen Sie uns diesen Wahnsinn gemeinsam stoppen.